Hallo meine Lieben, hier ist noch mal Sabine. Ich habe eine Frage an die Demonstranten gegen Rechts. Seid ihr sicher, dass ihr gegen die Richtigen und vor allem mit den Richtigen demonstriert? Dieses Video geht zurzeit überall viral im Netz. In diesem Ex-Ehmels-Twitter-Video äußert eine in meinen Augen sehr mutige Bürgerin Verwirrung und Unverständnis darüber, warum Menschen gegen rechte Strömung und aktuell gegen die AfD demonstrieren. Sie kritisiert, dass diese Demonstranten gegen die Opposition und somit gegen die demokratischen Prinzipien seien. Sie gibt zu verstehen, dass Demonstranten mit der Regierung zusammenarbeiten, eben jene Regierungen, die ja hier für Demokratie stehen soll und jetzt genau das Gegenteil macht, nämlich undemokratische Praktiken vollzieht. Sie hinterfragt die Logik, gegen eine potenzielle Opposition zu protestieren, bevor diese überhaupt gewählt wurde und argumentiert, dass man stattdessen gegen bestehende Missstände demonstrieren sollte. Sie bringt auch andere politische Themen wie die C-Maßnahmen, die Lage in Gaza und die Rolle der Regierung in internationalen Konflikten ins Gespräch. Aber hören wir hier mal rein. Hallo meine Lieben, hier ist noch mal Sabine. Ich habe eine Frage an die Demonstranten gegen Rechts. Seid ihr sicher, dass ihr gegen die Richtigen und vor allem mit den Richtigen demonstriert? Also ihr demonstriert ja eigentlich zusammen mit der Regierung für das Verbot der Opposition. Gibt es eigentlich irgendetwas Undemokratischeres oder Antidemokratischeres, als die Opposition zu verbieten? Das wird ja gemacht frei nach dem Motto irgendwie, wenn ich das Spiel nicht gewinnen kann, ändere ich einfach die Regeln oder lasse den anderen nicht mehr mitspielen. Und es geht ja eigentlich bei einer Demokratie darum, dass quasi die Mehrheit bestimmen kann, wer quasi regiert. Und jetzt ist ja die Angst da, dass die Mehrheit eine AfD möchte. Das heißt also, ihr demonstriert gegen den Mehrheitswillen oder den befürchteten Mehrheitswillen des Volkes. Also ihr demonstriert eigentlich gegen die Demokratie. Und das eigentlich bevor überhaupt irgendwas gesehen wird oder überhaupt irgendjemand irgendwas getan hat, sondern einfach nur im Vorhinein. Ich bin beileibe jetzt kein Fan der AfD. Leider deshalb, weil die halt überhaupt nichts für Tiere und Tierschutz tun, sondern im Gegenteil immer ihre Grillpartys posten. Aber darum geht es jetzt einfach nicht. Es geht einfach um diesen Unsinn der ganzen Sache an sich. Ich demonstriere zusammen mit der Regierung gegen den Willen des Volkes, weil die Regierung gegen den Willen des Volkes weiter regieren möchte, obwohl sie vielleicht nicht genug Stimmen bekommt. Weil wenn sie genug Stimmen bekommen würde, wäre ja gar kein Problem da. Das Problem ist ja da, weil sie Angst hat, die nächste Wahl vielleicht zu verlieren. Deshalb soll die Opposition verboten werden. Warum und wieso ist da jetzt gar nicht das Thema? Es geht ja einfach um die Sache an sich. Und dann zu denken, die Regierung an sich, also eine Regierung an sich, egal jetzt wer regiert. Das sind die Guten. Das sind die, mit denen ihr zusammen auf die Straße geht, wo ihr das tut, was die von euch quasi verlangen. Haben Regierungen irgendwo schon mal gezeigt, dass sie die Guten sind? Also nicht nur unsere, insgesamt viele Regierungen. Also ich meine, die schicken in alle Welt Waffen, Napalm, Entlaubungsmittel, Uranmunition, zerstören Landschaften, zerstören Menschen, zerstören Häuser, nehmen Kollateralschäden wie im Irak von mehreren hunderttausend toten Kindern in Kauf. Jetzt in Israel wird sogar von unserer Regierung gebackupt, irgendwie, dass dort auch zigtausende Kinder umgebracht werden. Das sind die Regierungen und wie sie agieren. Und dann geht ja zusammen mit denen auf die Straße um für ein Verbot der Opposition, egal jetzt welche Opposition, da zu demonstrieren. Das ist mir einfach völlig schleierhaft. Also man müsste gegen diese Regierung oder meinetwegen gegen Regierungen generell demonstrieren. Gegen das, was sie tut. Nicht gegen das, was vielleicht eine zukünftige Regierung, die noch gar nicht gewählt ist, vielleicht tun würde, aufgrund dessen, was irgendjemand irgendwo gesagt, gepostet oder gemacht hat oder weswegen sich irgendjemand getroffen hat. Ihr solltet gegen das demonstrieren, was im Moment passiert. Wie wäre es zum Beispiel, als ihr während der Corona-Zeit auf die Straße gegangen wäret, gegen diese Maßnahmen, gegen das Teilen unseres Volkes in zwei Lager, reine und unreine, Geimpfte und Ungeimpfte, wo die Ungeimpften quasi wie Menschen zweiter Klasse oder eigentlich gar nicht mehr wie Menschen behandelt werden sollten. Oder jetzt zum Beispiel nach draußen zu gehen, um zu demonstrieren gegen den Genozid in Gaza, der da von Israel veranstaltet wird, wo man wirklich sieht, was rechts ist. Weil rechts oder faschistisch oder das, was ihr damit bezeichnet, das ist, wenn man losgeht und andere umbringt, ausrottet und vertreibt, einfach nur aufgrund dessen, wer sie sind. Ohne, dass sie irgendetwas getan oder verbrochen haben. Das ist für mich rechts. Und da verstehe ich nicht, ihr geht auf die Straße gegen das Verbot der Opposition zusammen mit der Regierung, nur weil die Regierung Angst hat, die nächste Wahl zu verlieren. Wenn ihr meint, dass das, was die andere Partei macht, falsch ist, dann wählt sie nicht, überzeugt andere, sie auch nicht zu wählen. Aber ihr könnt doch nicht für ein Verbot dieser Partei auf die Straße gehen. Für ein Verbot der Opposition, weil die Regierung Angst hat, die nächste Wahl zu verlieren und deshalb die Spielregeln so ändern will, dass die anderen nicht mehr mitspielen können. Also diese Logik erschließt sich mir so absolut gar nicht. Und das zeigt einfach auch nur, wie kurzsichtig die Leute denken, dass sie einfach sagen, wir verbieten jetzt die anderen, weil dann gewinnen wir die Wahl wieder. Wo ist denn sowas? Also in welchen Ländern oder in welchen Zeiten war es denn schon mal so, dass Oppositionen verboten wurden? Also einfach mal drüber nachdenken und dann halt darüber nachdenken, was Regierungen in dieser Welt zu machen. Die ziehen los, um Frieden, Freiheit und Demokratie in alle Welt zu verbreiten, auch bei denen, die sie vielleicht gar nicht haben wollen. Und zwar mit Krieg, mit Vertreibung, mit Mord, mit Folter, mit Ausbeutung. Ist da wirklich irgendwie so in den Köpfen gar nichts mehr, wo man irgendwie mal überlegen kann, um was es hier eigentlich geht und was wirklich wichtig ist? Wichtig ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist wichtig und wirklicher Frieden und nicht Frieden mit Bomben. Und wirkliche Freiheit, dass jeder sich entscheiden kann, was er tun möchte und was er nicht tun möchte und nicht zu irgendetwas gezwungen werden kann. Das sind Dinge, die wichtig sind. Und nicht loszuziehen und eine Regierung zu unterstützen, die ein Land unterstützt, dass gerade was richtig Rechtes, also in eurem Sinne richtig Rechtes macht. Ein Volk ausrottet. Das interessiert euch null. Aber was irgendjemand vielleicht, wenn er gewählt werden würde, bei uns machen würde, was ja noch nicht mal an der Dramatik auch nur ansatzweise das ist, was da jetzt wirklich passiert, dafür geht ihr nach draußen. Also ich hätte wirklich gerne mal einfach so Informationen von denen, die da dabei gewesen sind, was sie sich so denken. Ich habe ja schon viele Videos jetzt auch gesehen, wo befragt wurde, ja, was macht ihr auf der Demo oder gegen wen Seite hier genau, da war der mal Ö, 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 Höcke, Ö, Ö, Rechts, Ö, Nazi, Nazi, Rechts, Rechts. Mehr kam da eigentlich nicht mehr raus. Vielleicht gibt es aber noch andere Interviews. Wenn ihr da irgendwas zu zu sagen habt, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir das unten mal in die Kommentare schreibt, weil ich möchte wirklich gerne mal was lernen. Warum geht ihr da hin? Warum? Das war es eigentlich schon apropos, da braucht ihr mich auch gar nicht kommen mit Ausländern und sonst was. Ich bin selbst halb Migrationskind. Und mein Vater hat sich aber nicht so benommen, wie sich viele Menschen heute so benehmen. Deshalb haben sie ihn auch nicht rausgeschmissen. Mussten sie auch nicht. Und ich bin auch nicht dafür, irgendwelche Leute ohne Sinn und Verstand aus dem Land zu werfen. Aber vielleicht sollte man einfach auch die Leute gar nicht erst ins Land lassen. Und vor allem und das ist das Wichtige, dafür sorgen, dass in den Ländern, wo sie herkommen, es so ist, dass sie das Land nicht verlassen müssen. Fluchtursachen bekämpfen wird das immer so schlau genannt. Wenn man natürlich losgeht und in aller Welt nur Zerstörung, Ausbeutung und solche Sachen verbreitet, muss man sich nicht wundern, wenn die Leute zu einem kommen. Und sich dann groß zu tun, nachdem man das unterstützt hat, die quasi aus ihren Ländern zu vertreiben, warum auch immer. Durch Kolonialismus, durch Ausbeutung und durch Krieg. Das ist doch einfach hier oben, da stimmt doch irgendwas nicht. Vielleicht mal irgendwie nachdenken. Das würde ich einfach mal so anregen. Also ich denke auch mal gerne nach, deshalb möchte ich von euch diese Infos haben. Vielleicht denke ich dann ja auch nach und mir fällt was ganz anderes ein und ich ändere meine komplett. Aber da werde ich auch gerne mal Informationen, Fakten. Ich wünsche euch einen schönen Tag, meine Lieben. Ja, meiner Meinung nach absolut auf den Punkt gebracht und ein klasse Statement und auch schön von jemandem zu sehen, der hier politisch neutral zu sein scheint, sich aber dennoch klar und offen über die Verwirrung bekennt, die man aktuell in diesem Land hier sieht. Denn es ist schon verwunderlich, dass aktuell immer noch Proteste über Bauern, Lkw und viele mehr laufen und wir in öffentlichen Medien hier absolut null davon hören. Umso verwunderlicher ist es jetzt, dass man überall von seitens der Regierung hier Angst und Panik bei den Bürgern auslöst, sie förmlich mit genau diesen Emotionen hier triggert, um sie damit zu bewegen, auf die Straße zu gehen, um gegen rechte Züge zu demonstrieren. Das ist keine Demokratie, sondern in meinen Augen ein typisches Angstverhalten vor absolutem Machtverlust und einer aktuellen Realitätsverweigerung, was die eigene Politik in diesem Land hier angeht. In den letzten zwei Jahren Ampelregierung gab es niemals zuvor eine schlechtere Regierung, die sich nur auf Klima, Entwicklungshilfe und unbegrenzte und unkontrollierte Migration hier fokussiert hat. Während die Bürger in diesem Land jeden Tag aufs Neue zu kurz kommen. Immer mehr Unternehmen erkennen eben diese Lagen und diese hausgemachten Probleme und setzen sich verständlicherweise immer mehr ins Ausland ab. Es ist beeindruckend, dass man hier anscheinend glaubt, demokratisch zu handeln, aber genau das Gegenteil macht. Die Bürger dürfen doch selber entscheiden, was sie am Ende für eine Partei wählen wollen. Aber die politische Denkweise hier zu lenken, nur um von seiner eigenen Chaospolitik abzulenken, ist absolut der falsche Weg und bewirkt in meinen Augen genau das Gegenteil. Nur weil man nicht begreifen will, dass man zukünftig von der Oppositionsbank aus zuschaut. Doch die Menschen lassen sich nicht mehr in die Irre führen und aktuell begreifen immer mehr Bürger den Ernst der Lage. irgendeine ähnliche Frau